Yo Leute, Servus und herzlich Willkommen mal wieder, ja, beziehungsweise zum letzten Part auf TBD. Ja, es wird aber nicht nur der letzte Part von TBD sein, sondern ich sag mal zu 90% auch der letzte Part von, ja, Medien2.de insgesamt. Ja, ich hab mich dazu entschlossen, dass ich jetzt halt endgültig, oder was heißt endgültig, ja, vorerst erstmal mit DE komplett abschließe. Ich werd noch ein paar Parts von Rubin umbringen, vielleicht noch von anderen Servern, aber, ja, ich werd hier jetzt schon mal mit diesem Video mit DE endgültig abschließen mit dem Spiel. Ich werd auch jetzt gleich nochmal sagen, warum, aber als allererstes, es fällt mir echt nicht schwer, dass diese Entscheidung, weil, ja, im Prinzip, es ist für mich quasi wie ein Hobby gewesen, das Ganze zu spielen, das Ganze aufzunehmen für euch. Und es tut mir da auch echt leid, wenn ich da jetzt halt die ein oder anderen Erwartungen vielleicht, ja, verletze, weil ich, keine Ahnung, in welchen Projekten von, sei es DIMOS oder sei es das TBD nachkomme. Aber ich erklär euch jetzt halt mal, wieso ich überhaupt aufhöre. Ich hab jetzt gestern Nacht auch nochmal lange drüber überlegt. Der Opfer greift mich hier erstmal an. Cool, hab ich wenigstens was zu lachen noch. Ja, verpissen wir uns einfach mal. So. Ich hab heute Nacht lange drüber überlegt, ob ich es jetzt wirklich machen soll. Also ich bin wirklich bis nachts um zwei im Bett gelegen und konnte nicht schlafen, weil ich mir echt so den Kopf drüber zerbrochen hab. Was jetzt halt aus YouTube wird, was jetzt aus euch wird, beziehungsweise euch Abonnenten. Und, ja, ich bin aber trotzdem zum Entschluss gekommen, dass es einfach für mich die beste Lösung und das so ist, mit dem Ganzen endgültig abzuschließen. Weil ich hab einfach keine Zeit mehr dafür. Ich hab jetzt seitdem ich in der Ausbildung bin, seitdem ich meine Freundin hab, einfach null Zeit mehr, dass ich sag, ich hocke mich jetzt ja wirklich stundenlang aktiv hin und farm im DT oder so. Oder farm generell Steine, wobei generell irgendwie Steine farm oder irgendwas anders farm, lohnt sich eigentlich in dem Spiel überhaupt nicht mehr. Und DT-Runs, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen, nach acht Jahren sind DT-Runs einfach nicht mehr interessant. Das ist immer, seit acht Jahren immer das Gleiche zu machen, du machst das Pferd, du weißt, wie das ganze Spiel funktioniert. Du klopfst da stur auf den Stein drauf, irgendwie nach acht Jahren. Es ist einfach ausgelutscht, weil ich komm da einfach nicht mehr hinter nach. Also ich sag mal so, ich hab jetzt am Wochenende, ich sag mal, vier Stunden höchstens gespielt am Wochenende. So, das war aber mein letztes Wochenende auch für diesen Monat, weil ich jetzt in sechs Wochen, nee, doch in sechs Wochen acht Schulaufgaben hab. Heißt, da hatte ich schon mal keine Zeit und ich komm abends um fünf von der Arbeit heim und das ist einfach, da hat man dann nicht so richtig Bock drauf, irgendwie jetzt halt noch groß so hier 45 Minuten lang DT-Runs zu machen, um dann groß effektiv farmen zu können. Und am Wochenende hab ich halt was Besseres zu tun, wie mich nur in diesen DT reinzuhocken. Nur um für dieses, ich sag's mal, Dreckspiel. Also es ist kein Dreckspiel, ich sag mal so, ich hab ja acht Jahre spiel ich das Spiel mittlerweile fast. Oder sagen wir sieben Jahre. Es war echt eine coole Zeit. Es war zwar eine extrem teure Zeit, aber es war eine richtig coole Zeit. Also ich hab coole Leute kennengelernt, ich hab mit YouTube angefangen, ich hab durch YouTube eine Menge geiler Abonnenten gekriegt. Also ihr seid Bombe. Und ich hab jetzt im Hintergrund nochmal quasi die Top-Fans. Meine ersten Abonnenten, da hätten wir einmal den Freakout315, ich werd jetzt erstmal alle grüßen. Dann SheWasGood, Daimers, DamageProud, Tim Dietrich, XsonGoku67, EpicFall, KenSurfNest, irgendwie, ja, kann ich nicht aussprechen den Namen. Daimers, DayZ4Fun, IImBatschi, EcholotenFan, xSouldranky, XStv, ShootSandy, XPort, XKorn, ok. Schenesfeuer, Rio EliBlade, Lern12Master, Karl Mayer, Ice, GhostFugiu, RickRoll, X55er, X3Like, Antikosmo12, SchnulliZockt und ja, das waren quasi so jetzt die ersten Abonnenten, ich glaube die ersten 20 laut Google-Statistik. Dann nochmal Danke und ein Gruß an euch und auch danke an jeden Einzelnen, der quasi das Projekt oder den Kanal hier mit aufgebaut hat. Es war echt eine schöne Zeit mit euch, es ist auch nicht schwer, es ist echt nicht leicht hier mit dem Ganzen abzuschließen, aber ich werde YouTube nicht ganz aufgeben, beziehungsweise ganz aufhören. Ich und Shane, also Shane kennt denke ich mal ein paar von euch, wir werden weil er hat ja auch keine Lust mehr auf Metin oder nicht mehr auf DE und er und ich werden ein oder jeder halt für sich selber einen Kanal aufmachen und zwar werden wir da so ein paar Commentaries bringen, wir werden Live-Commentaries vielleicht so so, wo wir halt einfach ein bisschen zocken oder so bringen. Also für die Leute, die interessiert sind an meinem Kommentierstil, die jetzt halt nicht sagen, öh, ich abonniere dich nur wegen Metin 2 oder so, da wird nochmal ein Infovideo kommen, ja, bezüglich des neuen Kanals, den ich dann aufmachen werde und ja, ich möchte mich jetzt halt auch nochmal an allen, äh, bei jedem von euch bedanken, ich hoffe ihr versteht meine Entscheidungen jetzt bei dem Ganzen und ja, ich möchte natürlich nicht einfach so verschwinden, ich gebe euch natürlich noch ein kleines Giveaway mit auf den Weg, ich sag mal, hier auf TBD verlose ich jetzt halt mein Equipment, das wären einmal Lederstiefel plus 1 mit 500 TP, ein Tipp 9 mit 1K 15 Pfeil, 5 TP Absorb, ein EH 5, ein Schlachtschill 6, gut, die Dinger, weiß ich, kann man brauchen, kann man nicht brauchen, zwei Aura-FBs hätten wir hier noch, ähm, ein HDD, Schuhe mit 500 TP, Schuhe mit 500 TP, Ebis plus 5, Holzohrringe mit 20 Esos, Ebenholzarmal mit 500 TP, ähm, eine rote Perle, ein Fächer, die ganzen Tränke hier, Ebenholzohrringe, ein, äh, SPD 9, 3LT 9, SKFB, eine PM, 3 Kaker und dann gibt es zusätzlich noch, jetzt seht ihr das nicht, aber auf meiner, auf meinem Verkaufschar, 10 Gräten, 4 Edelsteine, äh, 11 VWKs, eine blaue, zwei Kombo-Bücher und 6 Eisenhelme plus 5 nochmal dazu, ja, wie ihr gewinnen könnt, keine Ahnung, also, mir total Latte eigentlich, wer das jetzt halt noch gewinnt, schreibt einfach irgendwas Nettes in die Kommentare zum Abschied noch, ich werde dann auch zum Zufallsprinzip einen auswählen, der das Ganze dann gewinnt, schreibt einfach, keine Ahnung, irgendwas Nettes, lasst euch was, überlegt euch was, seid kreativ und, ja, dann hoffe ich, dass ihr es mir nicht so übel nehmt, dass es quasi jetzt meine Entscheidung war, endgültig mal mit dem Spiel aufzuhören, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen und könnt auch sagen, ja, hat er schon irgendwie recht, irgendwann, man wird einfach älter, man hat irgendwann einfach keine Zeit mehr so fürs Zocken und ich hoffe echt, ihr könnt es verstehen, ihr müsst auch wissen, es war echt nicht leicht für mich, also ich hab wirklich, ich hab mir den Kopf drüber zerbrochen am Wochenende, aber es ist einfach für mich jetzt so die beste Entscheidung, ich hoffe, ihr akzeptiert es, ihr respektiert es und, ja, wir hören uns dann, weiß ich, ich denk mal im nächsten Part Rubinum noch, weil von Rubinum werden noch ein paar Parts kommen und, ja, damit bin ich erstmal raus, bis dann, haut da rein.